Musik Simon Getzmann, gleich geraten Sie unter Beschuss. Sind Sie bereit? Gut, wir auch. Der BSV Bernmuri wird nicht Meister, weil ihr nicht feiern könnt. Ja, das wäre eine schöne Annahme. Nein, wir können unglaublich gut feiern. Wir können sogar dann feiern, wenn wir nicht gewinnen. Und dann muss man manchmal sogar dann bremsen. Darum habe ich das Gefühl, vom Feiern her hätten wir es hoch verdient, mal etwas zu gewinnen. Euer Team lockt am wenigsten weibliches Publikum in die Halle. Das kann ich nicht glauben. So viele wie uns nachlaufen und so viele schöne Männer, wie wir hier haben, da glaube ich nicht, dass wir sicher mehr Frauen als Männer haben. Etwas Kulinarisches. Der BSV Bernmuri hat die schlechtesten Pausenwürste der Liga. Nein, das kann gar nicht sein, weil in St. Gallen gibt es noch ohne Senf. Das ist eine unruhige Scheiße. Von daher sind wir sicher nicht auf dem letzten Platz. Joa, stimmt auch wieder. Achtung, jetzt wird es kuschelig. Eure Spieler sind die Liebsten der Final-Runde. Die Liebst? Also ich sicher. Ja, nein. Ja, der Tom Herr macht einfach nur ein ***. Darum zieht sie sich einen Schnitt ein bisschen ab. Aber allgemein sind wir sicher ein bisschen die Liebsten. Ach, wie süss. Läuft bei dir, ne? Noch was. Ihr Team ist das Langsamste der gesamten Liga. Ja, wir sind Berner. Was haben wir erwartet? Aber wir haben zum Glück noch tun. Die sind noch Oberländer. Die sind noch ein bisschen längsämer. Dann haben wir ja alle Klischees durch. Tschüss.